Kann ich denn, wenn wir all das nochmal machen, was wir jetzt gerade gemacht haben, kann ich während der ganzen Zeit den Würfel mitnehmen? Ich glaube, ich bin durch keinem Energiefeld gelatscht. Ja, ich muss aber ja hier wieder hoch irgendwie. Aha, das ging nur mit den Würfeln? Ja, sonst ist die Fläche hier halt umgekehrt oder ich weiß nicht, ob das denn nur geht. Doch, nee. Ja, sonst kann ich halt nicht alleine hier hoch. Warte mal, wir können dich vielleicht einsperren. Nö, ich blicke es nicht. Ich bin jetzt auch gerade mal gefangen hier drin. Kannst du mir mal erklären, weshalb die Maps immer schwieriger werden oder werden wir einfach immer dümmer? Ich glaube, wir werden sogar besser, so ein bisschen. Ja. Aber die Maps werden halt auch besser. Oder wir werden dümmer. Ich weiß nicht genau. Ich meine, wenn man dumm ist, kann man ja nicht beurteilen, ob man dumm ist, oder? Nee, das stimmt, ja. Jetzt stehen die ganzen Kommentare unter den Videos. Jo, ihr seid einfach zu blöd. Ja, natürlich. Ich meine, die Wahrheit tut halt weh, aber... Ich bin so traurig. Ich tanze erst mal. So traurig bin ich gerade. Ich bin so traurig bin ich gerade. Du kannst gerade nichts. Ja. Äh, nee. Ich kann mit dem Ding hier in der Hand, kann ich leider nichts machen. Ja. Oh. Tja, jetzt hast du keins mehr. Hilfe. Jetzt darfst du tanzen. Du guckst auch schon so. Yeah. So. Willst du wieder mit Leiter haben? Ja, das bringt ja so nichts. Nee, ich komme auch echt nicht. Wir brauchen auf jeden Fall wieder ein Ding. Stell dich da mal drauf. Ja. Ja. Versuch. Ich habe da Ding. Ich gehe mal hier raus. Oder? Uh. Ich komme ja auch nicht wieder raus, ohne dass du mich da rauslässt. Mal so gesehen. Wo ist denn dein Gelbes jetzt eigentlich? Ach, da hinten. Da hinten, ja. Ich komme hier auch nicht raus. Also ich muss halt ganz zum Anfang gehen. Ja. Ja, ich ja eigentlich dann auch. Ey, muss da zum Ausgang. Mir tut gerade ein bisschen mein Kopf weh. Mir auch. Muss ich dir gerade sagen. Ich gehe mal hier runter, ne? Ja, viel Spaß. Danke. Tschüss. Hallo. Viel Spaß. Oh, hallo. Ich bin wieder hier. Äh. Wo bist du? Ach, da. Ich soll dich auch noch mal hier runter? Ja. So. So. Äh. Da. Ja. Aber. Dann doch. Irgendwas müssen wir noch übersehen haben jetzt. Ja. Jetzt kommst du wieder hierher. War das richtig? Oder hätte ich da oben dann ganz was machen sollen? Na, dich kann ich ja auch da wieder hochbringen. Warte mal. Jetzt wären wir ja wieder ganz am Anfang. Ja, jetzt. Wir hätten nicht auf die andere Seite gehen können, da hinten. Du könntest auf die andere Seite zu dem Würfel gehen. Dann könnte ich ebenfalls das gleiche tun. Ich könnte hier hinterher kommen. Ganz simpel. Äh, ja. Bringt uns aber nichts, weil ja einer da sein muss. Genau. Das alte Problem. Beste mich mal hoch. Ja. Äh. So. Stimmt, ich kann hier jetzt nicht raus. Jetzt kannst du das Dunkel... Äh. Wenn du das Dunkelordern hinsetzt, dann sind wir da, wo wir gerade waren. Ja. Das stimmt. Ähm. Wenn der... Aber willst du... Nee. Ja. Kriegen wir irgendeine Möglichkeit hin, dass der... Dass wir... Ähm. Nee, dass die Fläche, die hier, die umgedreht ist, die durch den Knopf da oben, das ist ja immer nur kurz, ne? Ja. Das ist blöd. Ähm. 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 Ich weiß gerade echt nicht. Ich auch nicht. Wir können jetzt alles wild nochmal ausprobieren. Wahrscheinlich durch Zufall dann was finden. Oder dadurch neue Gedanken erforschen in uns. Dann lass uns das mal versuchen. Aber ich wüsste gerade nicht mal, was ich jetzt hier ausprobieren soll. Nee. Ich... Müsste halt nochmal irgendwie hier, äh... Hä, das ist die andere Frage, ne? Kannst du mir den Würfel dann nochmal nehmen? Durch die Portale durch. Nochmal zurück. Ähm. Und nochmal da oben drauflegen. Oh. Ja. Zumindest für einen Augenblick. Oder... Na nee, es geht ja nicht. Schönes Anlass gegen. Ähm. Was? Nix. So. Was mach ich denn jetzt hier eigentlich? Ich weiß. Ich hab keine Ahnung. Ist gut. Das ist Quatsch. Kannst du mir den... Würfel geben, wenn ich hier drin bin? Ja. Dass ich da irgendwie hochkomme dann. Oh ja, stimmt. Wir sind jetzt jetzt ja weg. Mist. Aber ich könnte mich da draufstellen. Ach stimmt, du kannst ja das da rüber schubsen. Was kann ich worüber... Äh, so. Ja. Äh. Gib ihn. Ja. Ipp, ipp, ipp. Ähm. Ähm. Ich muss ja... Du musst aufdrucken jetzt. Ja, nee. Ich denke aber gerade drüber nach. Ich könnte ja theoretisch auch hier oben bleiben die ganze Zeit. Und dann? Wenn du... Dann... Was hält mir dann davon? Die Fläche haben wir dann zur Verfügung. Aber es bringt nichts. Nee, wir müssen ja dann irgendwie da hinten, um den Tastuhl zu aktivieren. Ja, ja. Ja. Fahre mich hoch. So. Ich glaube, da muss aber überhaupt eigentlich kein... Also es muss nicht die ganze Zeit aktiv sein. Was? Die Brücke? Behaupte ich, ja. Ja. Aber zumindest für einen... kleinen Zeitraum. Ja, aber das kann ich auch per Hand dann machen. Komm, nee. Ähm, du müsstest... Ähm, wo habe ich denn... Ach, ich habe... Warum wird mir das hellblau angezeigt, obwohl es nicht mehr da ist? Obwohl es sich umgedreht hat? Das habe ich aber auch ab und zu. Ja. Ja. Ähm... Gehst du da mal hoch? Genau. Kannst du... Ja, so weit waren wir ja eigentlich schon. Ja, eben. Vor allem, du müsstest jetzt schon wieder runter, um da hinten nicht hochzufahren. Muss ich das tatsächlich... Ich komme hier sonst nicht hoch, ne? Ähm... 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 Ja, die Portale sind dann halt weg, wenn das... ...wäsche ist. Ja. Das ist doch blöd. Ich komme hier ja dann auch nicht wieder hoch. Wobei, muss ich hier dann auch wieder hoch? Ich meine, ich komme hier... Ja gut, ich komme hier überhaupt nicht raus gerade. Das ist das größere Problem. Obwohl... Ne. Doch nicht. Ne. Du kommst doch nicht mehr raus gerade. Das ist kacky. Ja. Das ist alles ziemlich kacky hier. I don't check it. Ich auch nicht. Das sind... Das sind keine... Keine... Keine, ähm... Selbstvertrauensschübe, die ich hier bekomme. Ach, nee. Aber wir können euch jetzt nicht aufgeben. Nee. Wir haben ein Image zu verlieren. Als die Superhelden. Ja. Portal 2. Genau. Lass uns einfach hier jetzt die längste Folge, die wir jemals gemacht haben, draus machen. Müssen wir uns auch gar nicht mehr so lange anstrengen? Nö. Ähm. Nur noch eine halbe Stunde. Das kriegen wir hin. Klar. Okay. Okay, jetzt nochmal Chaka. Ähm. Äh, 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 äh. Portale. Außen Chaka tut mir dann was. Portale. Hast du irgendwelche Portale gerade gesetzt? Nö, ne? Nö. Nö, nö, nö. Nö, nö. Gut. Möchtest du das machen? Da drüben bringt es mir herzlich wenig, wenn ich da drüben ankomme, weil du mich ja da hochfahren müsstest. Das, äh, der Fahrstuhl fährt aber mit einem, mit so einem draufstellten, nee, mit einem Druckknopf oder mit einem Stellknopf? Mit einem Stellknopf. Hm. Soll ich, ja, ich kann, ja, ich kann ja nicht. Hm. Ich würde ja gieren, aber. Kannst du mich da irgendwie auch noch hochbringen, da wo du gerade bist? Wahrscheinlich nicht, ne? Ähm. Also ohne, dass der Würfel hier weg bleibt. Nee. Wobei, du kannst mir dann ja wieder die Fläche da umdrehen, dass ich hier wieder hoch kann, theoretisch. Ja. Aber das ist, aua. Oh, ich bin gefallen. Oh, geh ohne mich. Okay. Das war jetzt nicht, das musst du doch nicht ernst nehmen. So. Wer are you? Äh, äh, willst du mich da unten oder was? Ja. Äh, dreh mal die, die um. Das ist die Fläche. Damit ich dir den Würfel geben kann. Wobei ich nicht weiß, warum du den haben solltest. Ich weiß es auch nicht. Äh, da. Was wollte ich? Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Irgendeine Idee hatte ich gerade, aber es ist, glaube ich, ne, da komme ich auch nicht hin. Ach, mies. Ist ja voll mies. Der kann nicht hier einfach durchgehen. Das ist ja voll blöd. Hem. Ich habe Hunger. Der ist aber nur nebenbei. Hm. Ist so richtig, also ich, selbst wenn es mir gerade einfallen würde, würde ich es, glaube ich, verwerfen, weil ich schon wieder total durcheinander bin. Genau, das ist nämlich auch mein Problem. Ich habe immer so ein paar Gedanken, dann denke ich, oh, so könnte es funktionieren und dann plötzlich ist alles wieder weg. Dann denkt man sich, oh, das hatten wir ja schon mal. Ja. Vielleicht aber auch nur so ähnlich. Man weiß es ja nicht genau. Hm. Ich meine, die Karte ist ja anscheinend machbar, sonst hätten die nicht so viele Leute gut bewertet. Ja, das stimmt. Guck mal, der kann tanzen. Der macht Breakdance. Ist der nicht putzig? Der ist wirklich schnuckelig. Ja. Fast so schnuckelig wie du. Ich wollte gerade sagen, wir haben viel gemeinsam. Gut, dass ich so ein bescheidener Mensch bin. Hallo. Hallo. Äh, äh. Tschüss. Kann er denn von alleine rauf? Auf den Knopf? Oh. Guckt er einen immer automatisch an? Ja. Okay, das ist schlecht. Ja. Ja, das kriegen wir noch hin. Oh. Ha. Oh. Aber falsch rum. Ist egal. Oh, ich meine, das wäre auch ziemlich Quatsch. Äh, was soll das denn da oben? Dann kriegen wir den ja auch so hin. Ja. Egal. Möchtest du einen Würfel? Ja, bitte. Das wäre total toll. Hey. Hurra. Möchtest du den mal zerstören hier durch? Nee. Vielleicht geht der ja gar nicht kaputt. Was? Das wäre auch das. Das ist super, meinst du? Das wäre natürlich egal. Das bringen uns auch nichts. Nee, der wird, der geht auf jeden Fall kaputt, weil ansonsten müssten wir das kleine Kraftfeld ja nicht wegnehmen da oben. Das ist right. Ja, gleich ist kaputt. Hallo. Ja. Ähm. Ich weiß gerade nicht. Ich auch nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Ja. Ja. Wollen wir nochmal einmal, einen Anlauf wollen wir nochmal eben starten. Okay, einen Anlauf starten wir jetzt nochmal. Ich würde den Würfel wieder oben raufhauen. Du kleiner Würfel. Oh, ist der nett. Ist also, Herz aller Liebst. So. So, ich will nochmal hoch. Ja. Let me here hoch. Bitteschön. Thank you. Äh, jetzt kann ich dich ja hier hochschubbeln, ne? Mit deinem hellblauen. Yes. Hi. Oh, du musst dich spontan gehen. Entschuldigt bitte. Oh, ey, ey. Lässt du dich einfach gehen hier? Ja, so. Ähm. Wo ist mein gelbes Portal eigentlich? Dahinten. Ach ja. Da muss hingehört. Noch immer. Hingehört. Soll ich da hingehen? Nee. Das kannst du tatsächlich mal machen. So. Musst du ja wieder hier runterhüten. Das ist kein Problem. Ich lad dich da mal hoch. Wenn ich hier durchkomme. Ich möchte gern sprinten. Weil ich bin eine Sprinzessin. Hahaha. Der war so schlecht. Ja, aber schon ganz gut. Aber spontan. Ja. Kannst du mich da oben? Bist du oben? Ja. Ich bin oben. Dann lass mich da mal hoch. Drück den Knopf. Do it. Ah. Das war schon wieder. Hätte ich. Ah. So. Genau. Bleib doch mal. Ja. Ach nee. Ist ja Quatsch. Ist das Quatsch? Was? Nee doch. Ist das Quatsch. Mach mal nochmal. Ja. Ach nee. Quatsch. Oh, ich kann ja jetzt hier rausgehen theoretisch. Wobei, ich lass dich erstmal darüber. Ja. Go sehr. Obwohl, dann ist ja die Fläche ja weg. Obwohl, ich kann ja herunter. Dann ist ja egal. Was machst du damit? Ich würde noch nicht. Ich war gerade ein Formel 1-Wagen. Hey. Hussa. Du. So weit waren wir. Komm. Kannst du da? Nee. Warte. Nee. Warte. Welcher von denen macht denn da die Sperre vor? Nee, nee, nee. Du weißt ja egal. Warte mal, warte mal. Kommst du da hinten? Da, wo mein Gelbes sitzt? Kommst du da drunter in ein Portal rein? Oder ist das zu hoch? Ich kann da drunter reingehen, ja. Na, dann besetzt doch. Hey, du kommst doch jetzt ganz einfach hoch. Wieso? Dann wenn ich mich jetzt da rausstelle, dann kommt da die Portalfläche. Dann kannst du da durchlatschen. Ich kann ja auch hier in den Portal einsetzen. Stell dir mal drauf. Du kannst jetzt hier in den Portal setzen. Und da hinten unter mein Gelbes. Oder er oder so. Hä? Warum haben wir es denn vorher nicht gemacht? Warte mal. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Weiß ich nicht. Ich meine, wir waren ja vorher gescheitert, weil du hier runtergefallen bist. Oder? Nee. Wollen wir einfach mal die Knöpfe drücken? Lass uns einfach runter. Wie albern ist denn das jetzt? Wir sind so scheiße. Ich kann mich gerade nicht. Das kann echt nicht sein. Wir brauchen jetzt, ich glaube, wir brauchen einen Würfel hier. Ah, nee. Hier haben wir ja Portalflächen. So. Please putze Zeugs ins Portal. Hä? Ach, hier dreht sich das auch nochmal um? Brauchen wir da noch was? Nee. Nö. Ich glaube das jetzt gerade nicht. Warum haben wir das? Warum? Hä? Ich glaube, wir sind nicht lange so erschüttert wie unsere Zuschauer gerade. Wobei das schon echt schwierig ist. Und deren Erschütterung hält schon länger an auf jeden Fall. Ja, unsere hat sich gerade entschüttert. Also nee, eigentlich erschüttert. Ich verstehe. Du bist Old Shooter Hand. Nee, das war ja ich. Nee, aber warte mal. Wie bist du jetzt da unten hingekommen? Also, ich stand jetzt gerade hier oben. Wie bist du jetzt in den letzten Raum gekommen sozusagen? Über den die Lightbridge hinüberschwebt. Falls du verstehst, was ich nicht meine. Das ist eine gute Frage. Weil da waren wir ja gar nicht an dem Punkt, dass einer da oben war und einer da unten. Das stimmt. Wie bist du denn da jetzt gerade? Naja, das ist ja durch die Fläche, die durch den anderen Würfel offen gehalten wird, kann ich da einfach runter. Und da oben war ja. Ach ja, richtig. Ja, das hat schon funktioniert. Oh mein Gott, wie einfach. Boah, ey, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Eine Stunde? Eine Stunde. Knapp, ja. Ich brauch das nicht. Vor allem, wir waren nach 20 Minuten, 25 Minuten oder so. Wir hätten das eine Hälfte der Zeit lösen können. Ja. Weil die andere Hälfte haben wir halt nur rumgeeiert und nichts gemacht. Ja. Aber es ist ja schön, dass wir noch nicht aufgegeben haben. Ja, ich... Dass ich uns angespornt habe. Ich wollte schon vorschlagen, komm, lass uns aufhören und die Zuschauer sollen mal schreiben, wie wir es machen sollen. Und dann machen wir es nochmal eben. Ja, aber das ist dann sowas offensichtliches hier. Das ist sehr albern. Oh mein Gott. Also eines, ne, ich muss euch da draußen mal danken für die Geduld. Ja. Ja, das muss ich auch echt sagen. Also in letzter Zeit... Bitte? Albern, hui. Hui. Damit es das auch lohnt, dass man bis zu Ende schaut. Ja, klar. Boinga, boinga, boinga. Müssen wir aber mehr bieten als rumspringen. Hui. Reicht nicht das? Hallo. Hui. Nee, nee, nee. Immer lassen die jungen Leute von heute hier den ganzen Dreck liegen. Die können nicht mal alleine saugen. Das ist echt schlimm. Deine Fahne zeigt nach oben. Mann, 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 Mann. Meine Fahne? Ja. Das gibt es nicht. Warst du gestern Abend wieder... Du hast immer noch ein Fähnchen bei mir. Habe ich bei dir keins? Nee, du hast kein Fähnchen. Du hast nur so eine kleine Antenne. Du hast quasi das gleiche wie ich, nur ohne Fähnchen. Ja, du hast auch... Also das Fähnchen ist eine Antenne. Ja. Und das wackelt immer so lustig. So... Wie macht das? So kommunizieren auch die Bienen im Bienenstock, wenn die auf eine Richtung hinweisen wollen. Latschen durch die Gegend und in die Richtung, wo es hingeht. Da wackeln die dann so mit dem Hinterteil. Gehen in den Kreis. Siehste, guck, ich bin eine Biene hier. Deswegen bist du auch orange. Sieht eher aus, als würdest du feucht nachfeudeln. Ein bisschen. Ja, wunderschön. So, schön die Ecken sauber machen hier. So. Was haben wir denn hier noch? Ja, es sieht auch gleich viel sauberer aus. Finde ich doch auch, oder? Hier muss ich die direkt einziehen, ja. So. Gut. Schön. Jetzt sind wir auch auf jeden Fall bei der Stunde angelangt. Ja. Und, ähm, ja. Vielen Dank, dass ihr noch immer dabei seid. Ja, woran? Ach so. Ja gut. Also war auf jeden Fall gut. Muss man überlegen so ein bisschen. Wobei ich weiß halt immer noch nicht, warum uns das eigentlich nicht früher eingefallen ist. Ja, ich gucke hier gerade noch mal auf der, auf der, auf dem Schema. Ja. Schemata, der Map. Da sind wir da, okay. Dann bist du, ja, ich weiß nicht, ob man das alles noch so nachvollziehen kann. Ja, doch, das war total einfach. Ich hätte es ja gerne, wenn man sich dann später quasi noch mal in der Übersicht, dass man, also das ganze Objekt noch mal hier drehen könnte und man die eigenen Laufwege sehen kann. Ja. Das wäre nochmal cool. Damit man sehen kann, wo man verzweifelt ist. Also, falls man das dann natürlich ist. Ich meine, das passiert uns ja nie. Ja, nee, 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 nee. Nee, nee, nee. So wie bei Super Meat Boy. Genau, richtig. Da wird das ja alles nochmal... Genau. Wo einem so ein riesiger roter Klumpen da plötzlich ist. Ja, aber ich glaube, wir würden hier auch nicht mehr durchblicken, weil so viele Linien überall wären gelb und blau, dass man da nicht mehr wüsste, wer jetzt wo lang gegangen ist. Das stimmt. Naja. Naja, wie auch immer, Fred Vorlaut war gut. Ich glaube, einfacher als wir denken, aber trotzdem war es gut. Also, es ist immer einfacher als wir denken, weil wir immer so, weil wir so möglichkeitsreich denken. Ja, wir sind einfach... Ich finde, wenn man es kann, ne? Die sind einfach zu intelligent, wir denken zu viel. Das stimmt. Das wurde allerdings auch schon unter den Videos geschrieben. Weniger denken, mehr machen. Ja, das stimmt. Wir können uns das ja einfach mal angewöhnen. Das nächste Mal machen wir einfach hintereinander weg. Immer machen, machen, machen. Stichwort machen. Immer diese Überleitung. Ich mache jetzt Schluss. Ja, ich auch. Mit dir. Wir versöhnen uns dann vor der nächsten Folge noch eben, ne? Genau. Wir sind wie Justin Bieber und wie heißt die, seine Freundin? Ich kenne mich in dem Bereich nicht aus. Ich habe es letztens auch nur durch Zufall mitbekommen. Wie heißt die nochmal? Selena Gomez oder Selena Gomez? Gomez? Weiß ich nicht. Ne, es war der Fußballspieler, ne? Jetzt habe ich Lust auf Pommes. Das ist blöd. Ja. Ja. Dann lass uns doch ein bisschen Pommes essen gehen und wir sind raus und sehen uns dann auf der nächsten Map. Ja. Tschüss und guten Hunger. Tschüss und guten Hunger. Hier. Tschüss. Danke. Danke. Ciao. YEA.